Oh mein Gott, meine Freunde, in diesem Video bekommt Brawl Stars TikToker eine Überraschung, wenn sie die Aufgabe machen. Ja Leute, ich habe wegen mir meine Maus kaputt gemacht. Oh mein Gott, der hat wegen mir seine Maus kaputt gemacht. Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es wie immer eine Folge Brawl Stars. Was geht ab, meine Freunde, oh mein Gott, heute wird es richtig geil, denn wir werden Brawl Stars TikToker heute live Geld spenden, Leute. Und es wird sehr, sehr nice, deswegen lasst gerne jetzt schon mal einen Fandarm nach oben da, kostenlos Abo. So, wenn ihr wolltet, was ihr euch öfter macht, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich habe das gerade versucht mit meinem iPad zu machen, aber ich kann mich mit meinem TikTok-Account nicht auf dem iPad einloggen. Deswegen muss ich das mit dem Handy machen, wir müssen gleich gucken, wo wir dann die Kamera irgendwie einblenden oder so, dass ihr das richtig nice sieht. Und ja, ich würde sagen, lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo, wenn ihr wollt, dass ich was öfter mache. Und ja, ich würde sagen Leute, wir starten einfach mal. Let's go Leute, schaffen wir auf dieses Video vielleicht 600 Likes. Macht es gerne Leute, let's go. Und wenn ich auch euch Geld mal spenden soll, schreibt es gerne unten in die Kommentare, vielleicht mache ich das mal. So Leute, ich bin jetzt auch auf meinem TikTok-Account am Handy und folgt mir gerne mal, ich habe 101.000 Abonnenten auf TikTok. Und ja, wir suchen jetzt erstmal hier die Brawl Stars-TikToker. Gehen wir jetzt erstmal oben ein, Brawl Stars, live. Und wir gucken mal, wer live ist. Hier der erste mit Leon direkt. Sind, oh, sind doch ein paar, hatte ich gar nicht gedacht. Gucken nochmal rein. Was macht der so? Also, so, keine Ahnung, dieses Team ist halt schon so sehr unnormal, ne? Also, so ungewöhnlich. Na, der spielt. So, ich schreibe mal. Leute, wir spenden ihm einfach mal, ne? Es leckt wieder. Wir schreiben mal, gewinne eine Runde mit dem Boxer und du bekommst eine Überraschung. Ich habe dir mal geschrieben. Der hat 39.000 Profäen. Aber die haben mich gelaufen. Jo, hä? Kann es sein, dass der steht, Top-Zuschauer bei mir und Marvin vloggt mit 101.000 Profäen. Was? Okay, ich muss ne, okay, okay, okay. Scheiße, ich habe Druck, ich habe Druck. Ich muss bei Marvin vloggt. Oh mein Gott. Und so eine Kackawurst-Profilbild hat noch drei Sachen gesendet. Scheiße. Okay, okay, ich gewinne die Runde mit Boxer, okay? Na, ich bin gespannt. Zehn und zehn. Leute, er ist drinne. Let's go. Hey, ich bewerte deinen Knopf, Peter. Scheiße, Marvin vloggt ist drin, jetzt muss ich gut sein. Mhm, weil er ist jetzt richtig Druck. Danke, ey, bitte, der weiß nicht, der weiß nicht, dass hier gerade Marvin vloggt drin ist, wenn ihr. Ich team eigentlich nicht, aber hier, sorry, ne? Alter, wie hoch ist der denn, dass der da so teamt? Oh mein Gott, der hat ihn fast gegrillt. Junge, es ist halt so. Hä, kein Plan. Wie los muss man sein, wenn man halt fake teamt, dann soll man halt doch richtig fake teamt, aber nicht so. Bitte einfach nicht so. Scheiße. Boah, vor der Arm, ey, der hat jetzt richtig Druck, hat er jetzt, ey. Scheiße, 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 scheiße. Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte. Oh, Showdown, jetzt geht's rund. Ich bin am Arsch. Das wird er nicht schaffen. Glaube ich nicht. Bitte Trick, bitte Trick, bitte Trick. Komm, 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 komm. Ich nehme dich jetzt hoch, Sherry. Boah, hä? Der will die reinschmeißen. Oh mein Gott, in die Zone, EQ 3000, aber Junge, 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 er hat's geschafft. Oh mein Gott, halt's Maul. Digga, ich schwöre, Marvin, ich habe um mein Leben geschenkt. Auf 821 Pokale, niemals. Jetzt muss er erstmal, jetzt kriegt er erstmal ein Geschenk, da muss jetzt erstmal was gezündet werden. Ey, erstmal die Boxhandschuhe, let's go, Leute, er hat das verdient. Send'n Abfahrt. Was? Und hauen wir raus, Boxhandschuhe. Hat er sich verdient, der Junge. Junge, so heftig, ey, mit neun Cubes hat er die Shelly gehabt. Jo, Digga, Marvel Vlog, Digga, du, was, hä? Ich weiß nicht, was meine Überraschung ist. Trick, wir geben noch was. Leute, ganz wichtige Sache, holt euch gerne den scheiß Boxer Misty-Rucksack. Hier haben wir, meine Freunde, sehr, sehr nice. So sieht er aus, wenn er bei euch ankommt. Echt richtig geil, Leute. Und ihr habt, wenn euch den Merch holt, auch noch die Chance auf dieses goldene Ticket, was nicht Gold ist, zu bekommen, meine Freunde. Das kann bei euch mit drin sein, denn das ist eine Einladung zum 24-Stunden-Stream, der am 12.03. ist, meine Freunde. Das heißt, ihr könnt auch so dahin kommen zum Experien, aber, ja, wenn ihr dieses Ticket habt, kriegt ihr eine kostenlose Einladung. Das heißt, wir bezahlen für euch Unterkunft, Flug, Verpflegung. Kriegt ihr ein bisschen Essen von mir, ne? Und ihr könnt live beim Stream dabei sein. Ganz einfach am 12.03. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist mit etwas Glück, diese Karte in eurem Rucksack drinnen zu haben. Und ja, gönnt euch gerne den Merchandise. Wir haben nicht mehr 20% mehr, Leute. Deswegen kauft ihn gerne. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Komm, wir hauen hier noch so eine Krone raus, ey. Das war so gut. Digger Marvin. Jetzt, let's go, Leute. Da seht ihr das. Ich weiß nicht, was der gerade macht, aber... Oh mein Gott! Oh mein Gott, Grüße gehen raus! Alte Mappenfloppy, wo ist der Ehrenmann? Was? Ja? Nein! Nein! Oh mein Gott! Der ist so krass, ne? Der hat einfach mit 821 Pokale, hat der gerade den Boxer. Na gut, Leute, wir gehen mal rein zum nächsten. Wir schauen mal, wen haben wir noch so. Ich würde sagen, bei dem, da reden wir gar nicht viel. Den hauen wir einfach raus. Sorry, dass das Format sich vielleicht immer wieder ändert. So. Hauen wir erstmal ne Rose raus. Und wir folgen dem mal. Leute, der macht Skin Contest. Was ist ne krasse Idee. Guck mal, wie er den macht. So, vielen Dank für die Rose. Bruder! Sieht nice aus. Nicht so. Der kriegt jetzt erstmal was schränkt mit dem. Erstmal Konfetti. So, Feier des Tages. Let's go! Kehrt euch mal gegenseitig, dass ihr draußen seid, Junge. Das ist ein bisschen schlecht genervt. Jetzt hab ich schon besser drauf jetzt hier mit dem Geschenk. Alter, vielen Dank, Digga. Also Marvin, Logge. Danke, meine Rose. Kennt der mich gar nicht. Vielen Dank, folgt ihn auch gerne. Wir haben jetzt nochmal aufgeladen. Let's go! Dem schenken wir jetzt nochmal was. Ich hab ihr jetzt gesagt, ich soll mal zwei Megaboxen eröffnen und dann kriegst du ne Überraschung. Mal gucken, ob er das jetzt auch macht. Das soll mal gönnen. Gönn dir zwei Megaboxen, Junge. Der richtige Marvel. Der kriegt ja erstmal ein Parfüm noch geschehen, damit er gut riecht. Ich kenn den nicht. Hä? Wie kann er mich nicht kennen? Ja, der hat nicht mal einen blauen Haken oder so. Boah, Alter. Ich kenn den nicht, Bro. Er hat das auch nicht verdient. Wir gucken mal im nächsten rein. Wir haben hier nochmal einen. Ich verstehe den zwar überhaupt nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber wir hauen ihn einfach mal ein Geschenk raus. Einfach mal Konfetti. Wir machen ein bisschen Party hier. Für Brawl Stars. Let's go. Party. Oh nein, das leckt. Ich war seine Reaktion nicht. Schau. Ja, der gewinnt. Okay. Der Gastgeber ist jetzt weg. Korrekt. Na, ich glaube er hat sich ein bisschen gefreut. Eine Sonnenbrille hat er erstmal gekriegt. Auf entspannt. So, Jungs. Äh, danke für die Brille. Äh, ich hab die ganzen Spenden nicht gesehen. Bruder. Vielen Dank, Digga. Das Team war richtig teuer. Der rastet gar nicht aus. Vielen Dank. Mega, mega nice. Okay, wir gehen nochmal mit dem Alten rein hier, Leute. Bei dem hier. Fuck, 5%. Hat er Jams oder so? Wir schauen mal kurz. Aber man sieht's nicht. Kannst du deinen Namen ändern? Hä, wo Namen ändern, Marvin? Hö, er ist wieder da. Moin, was geht? Na, er hat keine Jams. Schade. Das kann ich nicht. Gewinne. So, der kriegt jetzt nochmal abschließend nochmal eine, wenn er nochmal eine Runde mit dem Boxer gewinnt. Dann gewinne nochmal eine Runde mit dem Boxer und du bekommst eine Überraschung. Ach, Digga. Let's go. Okay, okay, scheiße. Der muss jetzt nochmal mit dem Boxer gewinnen, Leute. Das wird so krass auf 800 Pokale. Leute, ob der gewinnt oder nicht, der kriegt trotzdem was krasses. Wir hauen dir ein Feuerwerk raus. Let's go, das schaffst du. Leute, die Legs sind real. Scheiße, ich bin am sweaten. Wenn ihr das schafft, ne? Das wird er, glaube ich, niemals schaffen. Junge, der ist so gut. Okay, das war wichtig. Der gewinnt die Runde mit dem Boxer. Wichtig? Alter, ist der gut, ey. Sieht so gut aus, irgendwie. Jetzt gewinnst du den, komm! Oh mein Gott, er hat gewonnen. Niemals! Du kannst mir das nicht erzählen. Marvin? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin bei meinem Leben, habe ich noch nicht so gesquettet. Wir ballern den jetzt ein Feuerwerk raus. Oder, nee, der... Ich bin... Let's go, Feuerwerk. Let's go, Feuerwerk incoming. Oh mein Gott, sieht das krass aus. Hauen wir nochmal was hinterher. Jungen, ein Feuerwerk, Digga, was ein Ehrenmann. Marvin, 1,9k hat der mir schon gesendet. Kein Problem, Bruder. Er jetzt nicht. Nein, der hat den Livestream beendet. Ich glaube, sein Akku ist ausgegangen. Nein, der Akku wird leer gegangen sein. Oh, der Arme. Da ist der Akku einfach leer gegangen. Und der... Oh mein Gott. Nein, der konnte ich nicht mal verabschieden. Also stellt euch mal vor, Leute, ihr seid nur Marvinvlog im Video. Und dann geht einfach euer Akku leer. Nein, der tut mir ja so leid. Bist du der Echte? Marvin? Den kenn ich. Ja, schon klar. Wenn das der Echte ist. Schick mir mal eine Krone. Ich bin gleich wieder da. Marvin, bitte bleib drin. Ich mach gleich ein Video. Ich bin gleich wieder da. Hallo, Marvin. Hallo. Meine Maus geht nicht. Oh mein Gott, da einfach Marvin bei dir. Das hatte ich noch nie, dass so ein Krasser bei mir drin ist. Wenn das der Echte ist. Ja, natürlich bin ich der Echte. Das ist der Echte. Hallo, 101K. Folgt mir sogar, hä? Was? Guck mal nach. Soll ich mal jetzt nochmal ein Match machen, wie? Ob der Freund steht. Und mir noch eine Rose, dieser Ehrenmann. Komm, Boxhandschuhe, Leute. Let's go, Afford. Die Boxhandschuhe. 101K-Follower hat der einfach. Und er hat mir sogar was gespendet. Ich bin Boxhandschuhe gespendet. Oh mein... Was? Scheiße. Ich mein Scheiße. Boxer. Digga, lass ich euch mal was zeigen. Alles ist der nur Leute in den Krollsar spielen, ne? Wird auch komplett. Aber wir sind die Situation noch mit rein. Ich zitter. Scheiß Boxer an mir am Start. Ich hab, wo ich... Ich feier's in den Videos mit Pukki und so. Wo ich diese Videos angeguckt hab, ich hab direkt meinen Boxerrang 25 gepusht. Ja, ja. Daumen hoch. Ich hab den Kühnabrangen 35. Marvin Floppt schreibt, Jungs, ihr seid im Video. Was? Oh mein Gott. Was? Was? Lustiges, okay. Okay, er macht was Lustiges. Warte. Was macht der... Bruder, der haut gegen seinen Monitor gegen. Ist der verrückt? Ich hab jetzt mal Aufnahmen abgebrochen. Ich hab jetzt mal Aufnahmen abgebrochen. Und jetzt sind wir auch noch im Video. Okay, das war erstmal ein Gamepad geschickt hier. Ich glaub, ich hab jetzt wegen Marvin meine Maus kaputt gemacht. Ach, niemals. Ja, Leute, ich hab wegen Marvin meine Maus kaputt gemacht. Oh mein Gott, der hat wegen mir seine Maus kaputt gemacht. Was? Marvin folgt uns beiden schon einfach. Maus. Ich kauf dir meine neue Maus, Leute. Maus geht nicht. Digga, Marvin ist einfach raus. Dann soll ich mich melden, ich kauf dir eine Maus. Er ist bei mir? Was? Ehre, mein Marvin. Soll ich mir jetzt ein Schema, soll ich mir auf TikTok schreiben? Ich kauf dir eine neue Maus. Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Dankeschön, Leute, und tschau, Gakos, und tschö mit Öl. Musik